So Freunde, ihr habt es wieder geschafft, ihr seid auf unserem Kanal. Wir geben uns wie gewohnt Donnerstag Nacht 0 Uhr Don Don Kellerkind. Ich muss sagen, Don Don finde ich übertrieben geil. Das erste was ich von ihm gehört habe ist eben, als er bei Teamfucks lief, bei Sierra Kid neu gesigned hat. Der Song mit ihm, Sterne nach Haus, fand ich übel geil. Seitdem habe ich mir alle Don Don Sachen reingezogen, übel viel in die Playlist gepackt und wenn man nachts mit dem Auto rumfährt oder es einem gerade einfach nicht so gut geht, dann kann man Don Don richtig gut anhören. Das ist halt einfach so eine eigene Art Musik. Das kommt gut in die Sierra Kid Schiene. Und Don Don finde ich einfach übertrieben geil. Wir geben uns jetzt den neuen Song Kellerkind. Du kennst Don Don ja eher weniger, hast bei mir schon auf dem Auto gehört. Aber wir sind gespannt Freunde. Wie immer, liken, abonnieren, nicht vergessen. Und jetzt geht's los. Das ist wirklich die Jacke, die er in seinen ersten Songs aufgetragen hat. Also geil. Und der Geschmack. Weißes Monster. Oh ja, wichtig. Den Ultra. Also ich muss sagen, der kommt rein, gefällt mir direkt gut. Immer noch das Kellerkind von damals. Man meint halt wahrscheinlich, der ist ja noch nicht so lange groß, Don ist ja an sich noch nicht so bekannt, aber fängt damit an, der ist immer noch genau derselbe, bevor er mit Musik groß wurde. Gefällt mir schon mal gut. Wir hören beide rein. Alles war so dunkel, es wird heller mit den Jahren. Ich wollt das hier mehr als alle an. Ich weiß, dass das hier nicht ich will. Es fehlt dich aus. Du kannst es in meinem Gesicht sehen. Ich geb nicht auf. Und wenn dann einmal was nicht geht, dann lern ich draus. Und glaub ihr, Bruder, wenn ich sowas schaffe, dann kannst du das auch. Direkt geil. Ja, Mann. Ein bisschen Motivation im Song tut immer gut. Ja, safe. Gefällt mir gut. Ich hol mir alles und wenn es da ist, will ich mehr sehen. Ganz für die lachenden Klassen, ich kann sich ernst nehmen. Heute mach ich zahlen, aus dem Lachen wurden fertig. Ja, ja. Was Mama anfing, mach ich fertig. Ich hol mir alles und die Stars, will ich mehr sehen. Was ich mir jetzt auch noch immer so krass finde, wenn der mit seiner Stimme hochgeht, der kann auch mit dieser Höhenstumme, die hat man ja gerade kurz gehört, kann der auch so krass sehen. Also der ist so talentiert, der Junge. Hook ging beim ersten Mal, wenn jetzt noch nicht so ins Ohr. Ich bin mal gespannt, wie es beim zweiten Mal hören dann aussieht. Aber gefällt mir an sich, wie gesagt, jetzt schon gut. Und was ich eh schon krass finde, der ist ja noch nicht so groß, dass der schon auf Bühnen gespielt hat und die so abgehen, Alter, das wusste ich nicht. Finde ich geil. Weiter geht's. Was Papa anfing, mach ich fertig. Scheinbar war sein Vater auch Musiker oder so? Scheinbar, ja. Finde ich cool. Das ist echt cool. Weil der Vater auch am besten stolz auf ihn ist, das ist alles supported, das wäre klasse. Ja, genau. Ah, safe. Finde ich nice. Doch, ich finde die Hook geil. Sie geht ins Ohr. Doch, ich finde die geil. Ja, ich finde die auch geil. Doch, gefällt mir bis jetzt richtig gut. Zweiter Part, ab geht's. Finde ich auch direkt wieder geil. Ich habe gefeilt, bis jeder Kugelschreiber abbricht. Halt, die ganze Zeit beim Text schreiben. Hast du schon verstanden, oder? Nee, nee, ich dachte jetzt, das hat irgendwas anderes. Der Eyebrow Cut sehe ich auch. Mach ich mir auch bald. Da muss ich sagen, der beste Newcomer des Landes, ich finde wirklich, Don Don Gehört zu den besten Newcomern, die es aktuell in Deutschland zieht. Was ich bis jetzt gehört habe, würde ich auch so sagen. Schon krass, gell? Ja, also echt richtig gut. Wie viel Follower hat der? Schau mal, der hat unter 10K. Das ist traurig. Also der ist dafür wirklich krass, Alter. Wenn ich die Augen schließe, kann ich sie noch lachen sehen. Ich hab mir geschworen, ich werde euch allen das Lachen nehmen. Ich werde in ein paar Jahren ein paar Platten zählen. Und mein erstes Album wird euch noch tiefer in meinen Schatten stellen. Geil. Ich hol mir alles, und wenn es da ist, will ich mehr sehen. Hört für die Lachen an Klassen, ich kann sich ernst nehmen. Die Hook, wenn der Beat noch nicht abgeht, merke ich jetzt, finde ich direkt geiler. Ja. Wenn er so vom Publikum steht, schon ein bisschen K.O. aussieht, und dann die geile Hook auf einen ruhigen Beat, das hat mir gerade direkt besser gefallen, als wenn der Beat einsetzt. Ich hol mir alles um, wenn es da ist, will ich mehr sehen. Hört für die Lachen an Klassen, ich kann sich ernst nehmen. Heute mach ich Zeit, aus dem Lachen wurden fertig. Yeah, yeah. Was Papa anfing, mach ich fertig. Ah, das war's schon einmal schon. Ja. Naulich. Hook ist echt geil. Ja, der hat die Melodie geht ins Ohr. Ja. Weißt du noch, als ich letztes Mal gesagt habe, wer bei Teamfuck Sleep alles gesigned ist, da habe ich dir auch Edo Sire gesagt. Ja. Das ist der, den ihr hier gerade umarmt habt. Ah, okay. Der mit der Cap und der Brille. Mhm. Glaube ich. Was Papa anfing, mach ich fertig. Doch, ich fand's geil. Safe. Also die Melodie, die ging wirklich schon beim ersten Mal hören gut ins Ohr. Geiler Real Talk Song, einfach auf demmäßig. Früher haben sie gelacht und jetzt ist er groß. Was zwar jeder mal gekickt hat, aber wenn man einen ganzen Song draus macht. Ist geil. Doch, finde ich geil. Hat mir gut gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Schaut bei DonDon vorbei, der ist wie gesagt noch nicht so groß. Streamt das Teil. Hat mir sehr gut gefallen. Und, wie immer, wenn euch unsere Reaction gefallen hat, dürft ihr auch gerne Support bei uns da lassen. Wir sind noch kleiner als DonDon. Noch viel kleiner. Noch viel kleiner. Noch einen weiten Weg vor uns. Leute, wir freuen uns auf Support über jeden Kommentar. Wir lesen alles. Wir geben allen einen Like, was irgendwie positiv ist. Wir kriegen leider noch viel Negatives. Leider. Aber ja, danke fürs Anschauen. Und macht euch noch einen schönen Tag. Hau da rein und wir sehen uns. Ciao.